Die Dorfinventarisierung ist jetzt in einer entscheidenden Phase. Was heisst das genau? Was hat man jetzt alles gemacht bisher? Also was man gemacht hat, ist einmal eine erste Etappe. Das sind sämtliche Ökonomiegebäude. Das hat man aufgenommen, egal ob sie schon umgenutzt sind oder nicht. Und hat das erfasst und das sind jetzt aktuell 145 Objekte. Und die hat man gestern zu Abend an einer Informationsveranstaltung den interessierten Leuten vorgestellt. Was waren denn so die Rückmeldungen dieser Bevölkerung? Die Rückmeldungen sind natürlich vielfältiger Art. In erster Linie wollen wir wissen, was ist möglich, wie sind wir eingestuft, was können wir machen. Und für uns steht ja eigentlich im Vordergrund, dass wir den Menschen, die Eigentümer sind von diesen Ökonomiegebäuden, dass wir dann etwas in die Hand geben, damit sie einmal etwas auch realisieren können. Es ist eine Chance für viele. Seht man das auch schon so? Ist man ein bisschen euphorisch vielleicht oder doch eher skeptischer gewesen? Es ist weder Euphorie noch Skepsis. Es ist eine vorsichtige Anhöherung an die Thematik. Und ich würde sagen, es gibt Leute, die sich intensiver damit auseinandersetzen und das ist auch richtig so. Ich denke, es sind ein Haufen Objekte. Es ist schon mal gut, wenn man dann mal mit einem oder zwei anfangen kann und schauen, was das genau bringen könnte. Jetzt hat man die erste Etappe abgeschlossen von der Dorfinventarisierung. Wie geht es jetzt genau weiter? Also im Moment steht im Vordergrund, dass man das auf die Reihe bringt, zusammen mit dem Kanton. Die Zusammenarbeit ist sehr gut und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das in nützlicher Frisch auf die Reihe bringen. Gleichzeitig haben wir auch entschieden, dass wir die zweite Etappe, das sind sämtliche Wohnhäuser, auch inventarisieren. Das müssen wir. Das ist ja eine Auflage. Und das wird in diesem Jahr starten. Was erwartet ihr bei der Zusammenarbeit mit dem Kanton? Ja, also ich glaube auch für den Kanton ist es wichtig, dass man mal ein Dorf so auf der Schiene hat, wie man es eigentlich gerne hätte. Und Albinen mag möglicherweise, sicher für das Dorf selber, pionierhaft vorgehen da jetzt. Ob es für den Kanton auch so ist, das wird sich dann zeigen im Laufe der Zeit. Uns ist es recht, wenn es so ist. Das freut uns. Unser Teil haben wir jetzt hier beigetragen, in einem ersten Teil. Und so wie es aussieht, ist das auch sehr gut nachvollziehbar, was wir gemacht haben. Von was für einer Zeitspanne redet man jetzt? Wie geht es jetzt genau weiter, wenn kann man sagen, ist das alles abgeschlossen? Also alles abgeschlossen ist ja eigentlich das Erste, wenn es dann auch angewendet wird. Wenn man jetzt von Abschliessen im Sinne der Inventarisierung redet, dann ist Vorstellung da, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahr hoffentlich die ersten Etappen auf der Reihe haben. Und dass wir vielleicht im nächsten Jahr auch die zweiten Etappen dann herbringen, wo wir jetzt sind. Das ist ganz schön. Ja.